ARD Text im Auftrag von Funk Nee, schlecht Dann hoffen wir uns mal, dass wir uns heilend mal wieder treffen Also, dass wir beide auch lebend ankommen Ah, ich werd schon wieder teleportiert Ach, ich will in ganz anderen Raum rein, aber hier wollte ich eh rein So, grüner Rucksack, damaged Toll, meiner ist worn Das lassen wir mal lieber Okay Ja, achso, hier war Nee, hier war ich noch nicht Tatsächlich munitionstechnisch ist hier gar nichts Toll Also, ich bin immer noch absolut total verwundbar Ich kann mich nicht wehren Aber hier war doch noch irgendwo In welchem Waffenhaus bin ich denn hier eigentlich gespawnt? Weiß ich gerade gar nicht mehr Ich geh mir mal schnell noch in die Das Krankenhaus Wie ich hier einfach mal so schön auf dem Land laufe Obwohl ich eigentlich mal volle Kanne hier noch abgeschossen werden kann So was Ah, Essen und Trinken hab ich auf jeden Fall einiges Ja, das hab ich auch Das hab ich auch gefunden Aber ich glaub nur Ja, nur das Saline Bag Hm Starter Kit und so nicht Genau Hab ich einen Starter Kit? Ne hab ich nicht Ich glaub ich Ich glaub ich müsste eins haben, weil ich hab einen Mad Kit auch Ich hab gleich noch einen Saline Bag gefunden Auch wie er normal ist, aber ist ja egal Verbraucht er wenigstens nicht so viel Nehm ich auch gleich Oh, hier steht ein Zombie Ist das noch ein Saline Bag? Ne, das ist ein Starter Kit Siehste, da haben wir es doch schon Badly damaged Aber wenn ich das fusioniere Wird das zu pristine Pristine Du 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 So, jetzt mal was zum Trinken Na verdammt, ich hab nichts zum Öffnen Ah, da hab ich zwei Sachen Oh, Buck Error Ich kann das Trinken nicht trinken Na ja, dann halt nicht Wollte ich dieses Milchpulver essen Ah ja, wenn man nichts hat Boah, Milchpulver ist nicht schlecht Ja, das macht doch was hydratiert Ja, ich weiß Ja, ich weiß, wann hier waren wir schonmal Oh, da ist so ne, so ne, äh, so ne Ho Eine Ho Eine Ho ist da Hm, die ist glaub ich sogar besser Ja Das ist ja das neue Ding, was da eingeführt ist Mit der Mistkabel Hä? Jetzt, jetzt trage ich auch gerade die Ho Und hab einen Spaten Und die SKS aufm Rücken Drei Sachen Ja Geil So wie das Trange hier Vor all dem Wie werde ich denn jetzt wieder los? Warte mal Scheiße Äh, okay Jetzt hat er so Äh Okay Ist da nichts Oh Mann Das ist verwirrend hier Eine Kartoffel, wo man aussieht, als wenn einer durch Durchgeschossen hätte, wenn die verfault sind Mh 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 Ich will doch bloß SKS, Bonny Und eine Magnum würde ich mir auch schon vor Auch noch mehr trinken Ich hätte schon wieder ein Zombie gesehen Oder? Ne, da rennt ein Spieler und der Noob Achso Aber jetzt werde ich erst Energize, dann esse ich alles Komm Ja Ich lieg hier mit der Anglermütze mitten in den Zwischen den Steinen und kann aufs Schiff gucken Wisst ihr was geil ist, Freunde? Guckt euch das mal an Der Server ist eigentlich total... Recht leer Ja Aber ich bin hier... Wir sind hier schon mittlerweile auf drei Leute getroffen in der Zeit Mh Ja an der Küste ist auf jeden Fall immer was los Hahahaha Oh, sorry, sorry, sorry Oh, 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 sorry, sorry, sorry Was? Der Noob gerade, der von den Zombies weggerannt ist Mh Ich treff den scheiß Zombie nicht Ja, also ich soll ihnen helfen Mh Machen wir es mal Ah, er blutet Ok, jetzt bin ich einigermaßen wieder fit, Gott sei Dank Bin auch noch nicht healthy Ist doch egal Ist doch egal So, jetzt muss der sich verbinden Ich hab ihm mal geholfen Wir sind doch mal... Wir sind doch mal nett Muss auch mal sein Muss auch mal sein Auch mal MP Was hab ich MP gesagt? Na egal Voll schlecht Wird der verstehen Ja Oder auch nicht So Aber es reicht... Vor allem, es reicht nur aus, dass ich eine SKS auf dem Rücken trage Das heißt Wenn ihr alle wisst, dass ich selber gar keine Muni dafür habe Schon witzig Also Soll ich auf dich warten hier am Schiff oder soll ich dir entgegenkommen? Kannst mir auch entgegenkommen, aber pass auf, wie gesagt, da sind mehrere Leute jetzt schon unterwegs Ich will keinen Weg hier mal runter, verdammt Ach hier Gut So, ich geh jetzt noch zu dieses eine Krankenhaus an, wo ich letztes Mal gestorben bin, wieder mal Achja, ich bin ja hier zwischenzeitlich mehrmals gestorben Das hab ich jetzt... Ja Genau Das hab ich jetzt aber nicht aufgenommen, weil... Da wollte ich eigentlich nur... Wollten wir uns so ein bisschen wieder... Ähm... Equipten Und dann wieder weitermachen, aber... Dazu kam es gar nicht Hm Aber ich glaub zwei Spiele haben wir erledigt in so einem Krankenhaus, ne? Äh... Oder war das ein Elektro in dem Krankenhaus? Ne, das war ein anderes, ja Das ist... Ne, ne, das... Was hat er hier an diesem... Das ist kein Krankenhaus, das ist ein Bürogebäude oder sowas Büro? Ja, ist das ne Axt? Ne Boah, trinken und noch mehr Pistolen... Munition Ah, Gott Nicht runterfallen, ganz vorsichtig So Spraydose Hat da auch schon einer benutzt Geil Da kommt jetzt jemand zum Schiff irgendwann Mich wunders, dass da noch gar keiner kam bei dir Ja, der war auch eigentlich... So viel Loot Also da war Munition Der SKS war da für die... Ach, da ist ja einer schon, ja Da war einer beim Schiff, der war einer der... Ähm... Da kannst du ruhig Kajüte sagen Ja, okay Sonst sagst du immer zu den Falschen sagen, Kajüte Ich hab'n ge... Alter, ey... So ne Entfernung hab' ich da so... Schon was gesehen Guck mal, wohin der jetzt geht Ja, da ist einer Ja, da ist einer Mh... Das ist bestimmt auch der... Hat der... War das so ein Orangen... Also hattest du jemand mit so einem Orangen-Oberteil? Könnte ja, ja Ja Ja, das war der dann Der hat glaub' ich dann vielleicht auch gar keine Munition Der hat da ja auch nur so gezielt, so getan... Auf mich zu ziehen Was für eine Waffe? SKS, ne? Dann findet er ja keine Muni, weil ich hab da Muni... Die Muni schon eingesteckt Ne, kann sein, dass er Muni hatte Wird da friendly sein, Lord Ja, zu mir war er friendly Keine Informationen, ja So, ich hab... Dann kreise ich mal das Schiff Und dann... Da läuft der Mh... Kann ich das hier reinmachen? Oh, das geht! Okay Was denn? Du kannst die... Un... Also die un... Umgewandelten, äh... Salim-Bags noch in den... In den... In den... Mad-Kit Ja, ins Mad-Kit reinmachen, das wusste ich gar nicht Wieso hab ich eigentlich... Schlepp ich mir jetzt halt ne Tomate mit mir rum? Hässt sie jetzt Weil du eine bist! Äh... Das fand ich jetzt nicht witzig Fühl mich zutiefstens... Zutiefstens beleidigt Schade Ich dachte, das käme gut an Nein Okay Dann komm ich halt nicht zu dir, ich geh allein hin zum Airfield Dann komm ich halt nicht zu dir, ich geh allein hin zum Airfield Traust du dich doch gar nicht? Ja, bestimmt Äh... So geht die Tür hier nicht auf? Hm Mensch, ich komm eh gleich zu dir in deine Richtung Ich hab nur gehofft, dass ich vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen Munition hier finde Wird jetzt, wenn er ein Schiff war, also bei deiner Stadt ein Schiff, dann wird er auch zum Airfield gehen Ja, glaub ich auch Ich hab ja auch so viel Fratzen Bis dahin werden wir auch nicht mehr freundlich sein, wenn wir ihn ja viel sehen Kann ja sein, dass du eine M4 und so findet, alle Sachen für uns Wir brauchen die Sachen selber Na, er war ja vorhin klar im Vorteil, was werd ich denn machen, bitteschön? Ja, du hattest ja noch keine... Stimmt, ja Hättest aber noch schon Muni und ne Waffe, dann hättest du bestimmt abgedrückt Ah, ja, ich weiß nicht, bestimmt Ihr sagt beide Friendly, dann schießt ihr doch Nein, wenn ich nur nicht Du schon wieder, ey Schätzt dich voll falsch ein Kann ja sein Nein Also ich seh jetzt den Starteingang, also wenn du jetzt rein aus dem Kreis läufst, dann könnte ich dich auf jeden Fall sehen Kann sein, dass da noch ein Noob lang rennt, ja Ja Oh, die haben ja alles mitgenommen schon aus dem Haus, ey So, ich komm jetzt auch in deine Richtung Hoffentlich lähmt Ich glaub ich bin falsch rausgegangen, kann das sein? Haha, scheiße Ähm, ich bin verwirrt gerade Ja, ich bin falsch rausgegangen Okay, ich guck mal Ich bin jetzt gleich in der Nähe vom ersten Waffenhaus Ich bin jetzt gleich in der Nähe vom ersten Waffenhaus Hm Und dann Weiß ja nicht wo du bist Im Wald, vor dem Vor der Stadt, ja, also ich Mal perfekt klick auf den Eingang Warteingang Dann komm ich mal zu dir Davor man so sagen muss Naja, vielleicht werden wir bestimmt kein großes Loot, keinen großen Loot bekommen Wenn da schon zwei hingegangen sind, dann Naja, ist egal Vielleicht treffen wir ja ein paar Leute, die wir abschießen können Ja Bin eh mittlerweile mehr auf Gewalt aus hier Bist du nicht? Nein Nein Ständer Ein was? Ein Ständer? Hm, ja Also so ein Pfahl Mhm Wie heißt das bei der Straße? Ich hab mal rote Kette Ich auch Hm, gut Hm So, ich bin jetzt gleich bei der Tankstelle Tankstelle Okay Naja, ich guck mal, vielleicht Müsste ich bestimmt bald sein, ja Naja, ne Wahrscheinlich dann noch nicht Noch mehr trinken Alter Inventar ist voller Trinken und Essen gleich Thunfisch Da ist ein Zombie Der hört mich eh gleich Weil ich renne Hm So, jetzt bin ich gleich bei der Polizeistation Rennen schon vorbei Du bist doch glaube ich da ganz hinten Also ich bin nicht direkt in der Nähe vom Eingang, also Mhm, du bist bei den Hafen Äh, du siehst den Hafen gerade mal, glaube ich, wa? Ja Naja Vom Arsch der Welt bist du Na und? Pass aber auch auf, dass der Typ nicht zu dir kommt, der ein Schiff war Ja Ja, ich denke der wird da weitergehen Ja, das denke ich auch, aber Ich hab ihn ja schon im Schiff gesehen Wird bestimmt schon längst weitergegangen sein Kann auch alles andere sein Mhm Man weiß ja nicht, was sich hier alles so ändert Kann viel passieren B&B B&B Da läuft einer Bisturius am Hafen? Ne, ne? Doch Verdammt nochmal, ich wollte mich anschleichen Äh, ja, okay, der hat Alter, da hast du einen Rucksack Ich nicht Du hast gar nichts gesagt Ich hab nur einen Mittleren Nicht auch nur Leucht direkt in Helmut, also links Ich bin hinter der Ich zieh die schwarze Hörer aus Rüstens Kopen Zielen Und zielt er nicht Weil du mich auf mich nicht ziehen darfst, sind sie einfach So, okay Alles klar Ich könnte jetzt schießen Ich kann abdrehen Jetzt bist du direkt Neben mir, also was heißt neben mir Okay, warte, ich renne zu dir Sonst dauert das zu lang Zähle ich nicht Im Wald vor mir? Ich bin hinter der Schiene bin ich, also ganz Ach, da in dem Wald Wo dachtest du, hier ist doch kein Wald Der Baum hier, okay Okay Ich hör dich, ob es, ach da Okay, lass uns aber erstmal in dem weitergehen Wieder zum Schiff, oder? Naja, wir wollen ja eh zum, äh, Dings Hm Also erstmal gibst du mir Muni Sehe ich aus? Ja Jetzt muss ich dir mit der Hau eine rüberbraten Nicht mit der Axt Äh Hier, 20 Schuss So, ich muss mal auffällig laut trinken Nicht auffällig, auffällig laut essen, das brauch ich auch Änderts, weil ich eigentlich healthy bin Du hast ja gesagt, sagt was denn oder sowas? Äh, was hast du gesagt? Dosenöffner Ja Gut, ist ja nett Hier, schmeiß ich dir raus Badly damaged, hm? Ist doch egal Okay Seid zufrieden Ob du überhaupt was bekommst? Ja, bin ich doch Merkt man mir daran Eat all Gucken wir mal Hoffentlich ist der Lernst, sagt der Junge So, hoffentlich bekommst du deine Spaghetti Ja, naja, immer noch ändert es euch dunkel Nein, das sind gebackene Bohnen Nee, ich hab auch Spaghetti gegessen Ich aber nicht Aha Ich drück beinahe hier mein Slot für die Wache Äh Nochmal Eat all Ich bin immer noch heute Ganz laut, äh, Munition zusammenlegen Hört ihr uns da draußen? Genau Beide mit dem Anglerhut in den mittleren Rucksack Achso, Muni hast du mir ja auch rausgelaufen Ja Immer noch nicht zufrieden, Alter Ich ess hier alles, was ich hab Aber er wird immer noch nicht Willst du was haben? Noch? Warte, ich hab ein bisschen So, hoffentlich ist er jetzt glücklich Hoffentlich, komm schon Ich hab grad gesehen, ich hab dir meinen letzten, ähm Ähm Endlich Dosenöffner gegeben Ich hatte nur einen, ich dachte ich hatte zwei Willst du wieder? Okay, ja Kannst, zum Teilen und zehnmal sagen, aber ich hab will noch was aufmachen So, Magnumoni, das ist gut Hab ich auch Naja Ja, okay Also ich guck noch kurz So Ich will noch mal gucken, auch wegen meiner Aufnahme Ich will noch kurz, wenigstens mal testen, ob das überhaupt alles geht Mhm, das Spielchen hatten wir letztes Mal schon mal durch Ja Irgendwie auch an der gleichen Stelle Wieso an der gleichen, hä? Warte Stopp, löschen So So Das müsste doch gehen Nicht vergessen, Freunde, mir noch ein Kommi zu hinterlassen Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr da freuen Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch So Dann Was Vielen Dank.